Wie kann ich die Teilnahme einer Schülerin oder eines Schülers an einem Meeting anfordern? Und wie sieht die gerade neu ausgerollte Handhebefunktion in Teams aus? Wie fordere ich jemanden zur Teilnahme an der Besprechung auf? Ich habe in der Teams-App eine Besprechung aktiv und möchte, dass Test 1 Schüler 1 daran teilnimmt. In der Teilnehmerliste gehe ich auf die drei Punkte hinter seinem Namen und wähle Teilnehmer anfordern aus. So sieht es für den Schüler aus, wenn er Teams auf seinem Handy verwendet. Zurück zur Ansicht als Lehrer. Hier sehe ich nun, dass ich nicht mehr alleine in der Besprechung bin und Test 1 Schüler 1 teilnimmt. Wie funktioniert die Handhebefunktion? Sowohl über die Teams Handy-App als auch über die Windows-App gibt es nun neu die Handhebefunktion. Wenn eine Schülerin oder ein Schüler die Hand hebt, wird das innerhalb der Besprechung in der Teilnehmerliste angezeigt, in der Ecke links unten und in der Werkzeugleiste in der Mitte unten. Dann nehmen Sie noch eine Schülerin-App. Vielen Dank.